Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Heute starte ich eine sehr wertvolle Serie für Anfänger und sicherlich auch Fortgeschrittene, denn wir werden über Stellungsbeurteilung und Pläne sprechen und damit das Problem angehen, was zum Teufel mache ich eigentlich, wenn die Eröffnung vorbei ist, wie finde ich einen Plan. Ein ganz wichtiges Thema, viel Spaß damit. Ich trainiere viele Schüler, habe da mittlerweile sehr viel Erfahrung und ich merke immer wieder, wenn so das Problem vorbei ist, dass man Figuren einstellt, dann kommt man irgendwann zu der Phase, ja wie finde ich eigentlich einen Plan, was mache ich eigentlich, wenn ich fertig bin. Ich kenne die Eröffnung und danach muss ich selbst Züge finden und das fällt natürlich unglaublich schwer, einen Plan zu finden. Wonach richte ich mich da? Und genau dieses Thema soll diese Serie ansprechen und ich werde Bezug nehmen auf ein Video von Hanging Porns. Das werde ich unten verlinken. Da geht es letzten Endes um zwei Dinge, Stellungsbeurteilung und Plan. Kurzfassung, ich habe Faktoren, nach denen ich die Stellung bewerte und aus denen, wenn ich das gemacht habe, optimalerweise habe ich die Stellung irgendwie bewertet, ergibt sich daraus ein logischer Plan. Und was ich euch empfehle, haltet direkt hier mein Video an und schaut euch das Video von Hanging Porns an. Das ist sehr ausführlich und guckt euch das wirklich an und versucht genau diese Art und Weise der Analyse hier auf diese Stellung anzuwenden. Denn ich werde gleich meine Lösung besprechen und der größte Faktor, den ihr rauszieht, ist, wenn ihr immer, wenn wir das hier zusammen machen, das selbst macht. Ihr macht selbst und erst dann hört ihr euch meine Sachen dazu an. Das ist der größte Trainingseffekt. Hanging Porns schreibt auch dazu, dass es zeitintensiv ist. Aber ich glaube mir, da zieht man ungemein was draus, indem ihr einfach dann eure Bewertung mit meinen vergleicht und vielleicht seht, ah, das habe ich hier anders eingeschätzt, ah, interessant. Und da kommt man nämlich seinen eigenen Fehlgedanken und Fehleinschätzungen viel besser auf den Grund, als wenn ich euch einfach nur Sachen vorgebe. Und genau, schaut euch das Video an. Ich werde hier sozusagen jetzt diese Lösung versuchen. Das ist übrigens eine Aufgabe, die ich viel mit meinen Schülern mache und das ist genau hier eine Aufgabe, eine Stellung von meinem Schüler. Die hat er hier gepostet und die haben wir auch besprochen. Und übrigens auch, das ist natürlich jetzt auch nicht die absolute Wahrheit, die ich jetzt hier erzähle. Das ist meine Wahrheit. So wie ich die Stellung sehe, ein 2.5er und ein 2.7er werden jeweils die Stellung nochmal ganz anders sehen. Aber so ist es eben. Jeder hat da sein Verständnis und kann dadurch einfach lernen. Also, wir kommen mal zu dem Punkt 1 von Hanging Porns. Da geht es erstmal natürlich um Material. Also man muss sich Material zählen. Denn wenn eine Seite ein Tor mehr hat, dann lautet der Plan wahrscheinlich einfach abtauschen und gewinnen. Oder der Qualität mehr oder auch ein Bauern mehr ist schon ein Unterschied zu gleichem Material. Und hier haben wir gleiches Material. Das heißt, die Stellung ist immer materiell ausgeglichen. Unterschied ist allerdings Läufer gegen Springer. Das ist schon mal einfach festzuhalten. Denn das ändert eben gewisse Faktoren. Dann gucke ich mir Sachen an wie die Königssicherheit. Der weiße König steht hier im Zentrum. Normalerweise bei so viel Material auf dem Bett und noch schwerfiegelnd auf dem Brett ist der König im Zentrum sehr riskant. Aber diese Stellung ist geschlossen. Warum ist sie geschlossen? Es sind kaum Bauern getauscht und es sind keine Linien und Diagonalen offen, gerade im Zentrum. Und deswegen steht dieser König hier interessanterweise sehr sicher. Auch weil es keinen weißfeldrigen Läufer von Schwarz gibt, der da irgendwie kommen könnte. Und auch E5 oder sowas geht nicht. Das heißt, der König steht da relativ sicher erstmal. Der schwarze König steht ebenfalls sicher. Er hat ja noch alle Bauern vorhanden. Weiß hat mal eine Idee, hier über die Gehlinie zu kommen. Aber ja, erstmal steht er auf jeden Fall sicher. So, das nächste, was man sich auf jeden Fall... Das ist übrigens ein wichtiger Faktor natürlich. Wenn nämlich eine Seite einen schwachen König hat, ändert das sofort die Beurteilung der Stellung. Dann sagt man, oh, die Seite steht schlechter, weil sie einen unsicheren König hat. Und es gibt sofort einen Plan vor, nämlich Mats setzen, weiter angreifen. Das sind einfach Faktoren, beziehungsweise für den Verteidiger gibt das... Für den mit der schlechteren Königstellung gibt das den Plan vor, vielleicht abtauschen, damit er den Angriff übersteht. Schauen wir weitere Faktoren an. Aktivität der Figuren. Das geht eigentlich relativ schnell, wenn wir die weißen Figuren angucken. Die stehen auch alle nicht sonderlich aktiv. Die Türme machen nichts, die Dame macht nichts. Der Läufer steht hingegen top. Der kontrolliert hier zwei Diagonalen. Insbesondere Richtung H7 guckt ihr schon. Besser kann der in dieser Stellung nicht stehen. Die schwarzen Figuren. Schwerfiguren auch alle sehr passiv. Ist aber eben auch eine geschlossene Stellung. Der Springer. Interessanterweise ist es hier eine geschlossene Stellung. Und Springer sind in geschlossenen Stellung eigentlich besser. Aber dem Springer fehlt hier etwas, nämlich ein Stützpunkt. Damit Springer gut sind, müssen die Stützpunkte im gegnerischen Lager haben. Ein Läufer, der kann auch hier hinten stehen. Der wirkt hier hinten. Aber der Springer, der wirkt eigentlich eher da vorne. Aber auf E4, seht ihr, das ist kein richtiger Stützpunkt. Da kann er sogar vertrieben werden. Und das fehlt dem Springer hier so ein bisschen. Und deswegen ist das hier gar nicht so klar, dass hier der Springer besser ist in dieser geschlossenen Stellung. Wie machen wir weiter? Bauernstruktur ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Ich habe viele Videos dazu gemacht, zu meinen Strategiesamstagen, wie Bauernstrukturen Pläne vorgeben. Isolierte Bauern, hängende Bauern, vereinzelte Bauern, rückständige Bauern, Doppelbauern. Das sind alles Sachen, die einfach Pläne vorgeben. Und wenn wir uns das hier angucken, sehen wir, Weiß hat hier einen Doppelbauern und hier einen vereinzelten Bauern. Hat Vor- und Nachteile. Dieser Doppelbauer hilft Weiß, Zentrumskontrolle über E5 zu erhalten, was wichtig ist, damit Schwarz hier nicht E5 spielt. Und dadurch hat Weiß eine offene Linie als einzige Seite. Und das gibt natürlich auch schon fast einen Plan vor, eine offene Linie. Nämlich möglicherweise die Türme da hinzustellen. Gerade auch, weil der gegnerische König da steht. Dann kann man sich hier natürlich noch Schlüsselfelder angucken. Ist ein bisschen schwierig. Gerade beim Springer könnte man sich Felder suchen, wo er hin sollte. Das wäre eben eins, aber das ist nicht so... Ja, er kann ja hin, aber dann wird er gleich wieder vertrieben. Und ansonsten gibt es hier eigentlich gar kein Feld. Und bei Weiß genauso wenig. Das wäre ein tolles Feld für einen Springer, aber wir haben keinen Springer mehr. Der Läufer steht schon ideal. Deswegen, das Thema Schlüsselfelder wäre zum Beispiel für mich hier relativ schnell abgehakt. Und dann, der nächste Teil von Hanging Porns ist, dass er jede einzelne Figur bewertet. Das ist gerade am Anfang sehr sinnvoll. Kann ich euch empfehlen. Ich mache das hier ein bisschen im Schnelldurchgang. Ja, der Turm steht hier in der H-Linie noch nicht so optimal. Allerdings steht er schon hinter dem H-Bauer und deckt den. Und hilft ihm auch weiter vorzugehen. Deswegen durchaus interessant. Dieser Turm, gut, bisher noch nicht so toll. Aber der könnte vielleicht auch in der H-Linie wirken. Hat zumindest Perspektive. Der Läufer hatten wir gerade schon sehr aktiv. So gut wie er hier stehen kann. Passt. Die Dame, ja. Die Dame ist leider ziemlich schlecht. Und es ist auch nicht ganz so einfach, wo die eigentlich hin soll. Ist auf jeden Fall keine so gute Figur irgendwie. Gucken wir mal bei Schwarz. Dieser Springer. Ja, wie gesagt, nicht so klar, was der macht. Ob der irgendwann mal hier hinkommt. Und auch sonst. Aber er verteidigt zumindest erstmal. Kann man natürlich auch aufschreiben sowas. Die Dame, gut, verteidigt auch mal mit. Ist auch noch nicht klar, was sie macht. Hat aber mal ein Auge auf den H4. Die Türme, gut, machen auch noch nichts. Und darauf ausgehend kann ich jetzt eben versuchen, mir hier Pläne zu entwickeln. Ich kann dann erstmal so generelle Pläne mir überlegen. Und dann dementsprechend Kandidatenzüge. Was könnte ich ziehen und das so ein bisschen berechnen. Und einfach so ein bisschen durchspielen. Schwarz ist hier im Zug. Und wir haben hier eine geschlossene Stellung. Und jetzt kommt eben noch andere Faktoren dazu. Bei einer geschlossenen Stellung, die muss man irgendwie öffnen. Die kann nicht immer nur geschlossen bleiben. Man braucht offene Linien. Und deswegen eine Sache, nach der man schauen sollte, sind Bauernhebel. Und das füge ich jetzt hier sozusagen nochmal mit ein. Bauernhebel. Wo haben wir Bauernhebel? Wir haben hier auf A5 ein. Wir haben hier auf E5 ein. Wir haben hier auf G5 ein. Bauernhebel sind halt irgendwo Sachen, wo sich dann Bauern gegenüberstehen und möglicherweise Linien aufgehen. Gut, G5 können wir schnell abhaken. Der macht gar keinen Sinn. Am eigenen König ist einfach weg. E5 ist zumindest eine Idee. Wenn ich jetzt sage, ich möchte E5 spielen, ergibt sich danach auch ein Plan. Springer D7, F6, E5. Ob das gut ist oder schlecht ist, ist die andere Frage. Aber es ergibt erstmal einen Plan. Und der letzte Hebel. A5. Und den kann man auf jeden Fall hinbekommen mit einem Turm dahinter. Und daraus ergeben sich jetzt im nächsten Schritt auch für schwarze Kandidatenzüge. Beziehungsweise was man natürlich nochmal machen kann, sind kurz checken, was weiß, wie es eigentlich für weiß so weitergeht. Was sind weiß Pläne? Weil es gibt natürlich auch Stellungen, wo man defensiv denken muss. Und wenn man jetzt guckt, er kann in die G-Linie, aber ich kann immer irgendwann G6 spielen. Und wenn ich jetzt da noch nicht so viel Angst habe, dann kann ich immer sagen, okay, nicht so schlimm. Ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich versuche, diesen E5-Plan zu spielen oder den A5-Plan. Und wenn ich den E5-Plan spiele, dann muss ich wahrscheinlich F6 spielen, damit ich irgendwie durchkomme. Also wäre Springer D7, Nebst F6, Nebst E5 wäre ein Kandidatenzug für diesen Plan E5. Wenn ich jetzt aber sage, ich will den Plan A5 spielen, dann ist sicherlich Turm A8 ein Plan. Und wenn ich mir eben diesen Plan in der A-Linie überlege, dann ergeben sich einfach die nächsten Züge relativ von selbst. Ich setze einen Turm dahin, spiele A5, tausche da und verdoppel die Türme. Und ich hoffe, dass ich am Ende da auf A2 reinkomme. Und dann habe ich eine Chance, dem König hier an den Leib zu gehen von der Seite. Das sind die einzigen Möglichkeiten zu öffnen. Ja, und jetzt sage ich mal mein Gefühl, Springer D7 und F6 und E5, das sieht für mich sehr verkehrt aus. Weil Springer ist der einzige Verteidiger und der geht dann hier noch weg und Schwarz greift in der Zeit an. Das sieht für mich sehr verkehrt aus. Trotzdem kann man kurz darüber sprechen oder kurz sagen, diese Idee haben. Und wenn einer von euch das als Plan hatte, ist es okay. Hauptsache man hat erstmal einen Plan und findet hier was. Und darum geht es ja auch so ein bisschen. Und jetzt kann man sich aber durchaus mal überlegen, wie das Ganze weiterläuft. Umso weiter ihr kommt, umso mehr könnt ihr dann auch wirklich rechnen. Damit werde ich mit euch immer wieder Übungen machen, wo man auch so ein bisschen rechnet. Also, wie spielt denn Weiß eigentlich? Wir können jetzt mal eine Variante durchgehen. Turm A8. Weiß spielt Turm G1. Ich spiele A5. Also das ist auch ein bisschen, übrigens immer Visualisierungstraining. Zack. Ich mach mal so. Zack. 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 Weiß möchte verdoppeln. Zack. Ich tausche raus und spiele schon Turm A4. Weiß verdoppelt und in dem Moment spiele ich G6. Und nach G6 ist schon die Frage, wie kommt Weiß eigentlich weiter? Dieser G6, der ist hier ein ziemliches Bollwerk. Der ist super gedeckt. Und den kann Weiß nicht so einfach anrempeln. Ihr müsst ja anrempeln mit F5 oder H5. Das geht aber beides nicht. F5 bin ich drauf und H5 bin ich mit dem Springer drauf. Und deswegen ist es auch nicht so einfach zu sehen, wie Weiß dann hier vorankommt. Und ich hab jetzt hier nicht die absolute Weisheit über die Stellung. Was ich nur dann sage, was man dann irgendwann, also im Prinzip das Ende, dieses ganze, man spielt das so ein bisschen hin und her, berechnet Varianten. Macht auch vielleicht hier ein bisschen was am Brett. Machen wir jetzt mal. Und irgendwann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn es eine echte Partie war, dann guckt man, wie es weitergespielt wurde. Aber irgendwann holt man auch den Computer dazu. Warum? Irgendwas braucht man, um das Gegen zu checken. Vielleicht zu gucken, wie hat man gerechnet? Hat man richtig gerechnet? Und wie sieht der Computer das? Und wenn der Computer das anders sieht, wieso sieht der das anders? Hat man Faktoren falsch eingeschätzt? Das passiert natürlich. Natürlich schätzen wir Faktoren falsch ein. Auch ich schätze Faktoren natürlich falsch ein. Sonst hätte ich nicht 2300, sondern 2400, 500. Das sind eben Dinge, wo einfach sich die Spielstärken unterscheiden. Das ist übrigens zum Beispiel eine Sache, die, muss man mal ganz kurz wegmachen, einfach sehr starke Spieler unterscheidet. Zum Beispiel einen Carlsen oder auch einen Fischer hat man sowas zum Beispiel nachgesagt. Der hat einfach eine Stellung gesehen und hat die Essenz des Ganzen erkannt. Worum geht es in dieser Stellung? Das, was wir versuchen mit dieser Übung so ein bisschen nachzustellen, herauszufinden, worum es geht, das hat er gesehen. Und das ist natürlich, letzten Endes, wenn man das sieht, dann sind diese anderen Faktoren alle nicht wichtig. Alles, was wir besprochen haben, wenn man weiß, worum es geht. Aber das findet man eben nicht so einfach heraus. Also gucken wir uns mal eine Variante an. Turm A8. Turm G1. Turm A5. Also wie gesagt, das sollte man vorher so gut wie es geht im Kopf machen. Turm G2. Tauscht Turm A4, um mich danach zu verdoppeln. Turm G2. Jetzt muss ich G6 spielen. Und jetzt stellt sich für weit schon die Frage, wie er hier weiterkommt. Wie gesagt, F5, den nehme ich einfach weg. Da passiert nichts. Und H5, den nehme ich auch weg. Und wenn ich diese Bauernhebel nicht spielen kann, habe ich ein Problem. Gegen diesen G6, da kann ich auch nicht opfern. Weil schaut mal, da opfer ich im Prinzip mein ganzes Material rein. Da bleibt gar nichts über. Und meine Dame, mein großes Problem ist die Dame des Weißen. Die kommt nicht dazu. Und aus dieser Idee entstand, dass ich gerne diesen Hebel spielen möchte. H5, weil wir das nicht hinbekomme. Hatte ich dann zum Beispiel eine andere Idee. Nochmal eine Idee, das für Weiß ein bisschen zu verstärken. Ich mache hier mal das Brett weg. So. Turm G5. Wir verdoppeln nicht auf G2, sondern auf G5. Schwarz tauscht hier raus. Spielt wieder Turm A4. Turm G1. G6. Und jetzt spielen wir H5. Jetzt haben wir das geschafft, hier H5 zu spielen. Weil wenn jetzt Schwarz nimmt, dann kann ich den einfach nehmen, den Springer. Jetzt ist der hier gefesselt. Und wenn ich jetzt, jetzt auf G6, jetzt wird es spannender. Gucken wir mal eine Variante an. Turm A1. Äh, Turm A8. Droht Turm A2, aber vielleicht kann man jetzt auch schon hier nehmen. Sehr wahrscheinlich, weil auf Turm A2 haben wir Probleme. Jetzt kann Schwarz hier nehmen. Was macht Weiß? Er kann ihn nicht nehmen, er ist gedeckt. Und egal wo er hingeht, es kommt Turm G8. Seht ihr das? Turm G8. Springer G8. Nimmt. 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 Am Ende fällt dieser Turm auf A2, weil der dann nicht... Man lenkt im Prinzip den Turm von A8 ab. Das geht also nicht. Das heißt, Schwarz muss den nochmal wieder nehmen. In dieser Stellung. Und jetzt kann man sich eben Gedanken über das Opfer auf G6 machen. Jetzt wird das deutlich spannender. Weil ich nur einen Läufer opfern muss. Zack. Zack. Und, ähm, ja, entweder man nimmt jetzt direkt auf G6. Oder ich hatte dann zum Beispiel auch andere Ideen. Jetzt kommt der E-Tor mal zweimal eine Dame und muss gleich weg. Dame B1 hatte ich als Idee. Mit der Idee schon mal rauszugehen. Und auf diese Schach haben wir interessanterweise das Feld F3 und stehen da auch relativ sicher. Und, äh, ihr seht, das ist hier so ein Spiel auf Messerschneider auf jeden Fall. Ganz schwer einzuschätzen. Es soll jetzt auch nicht, äh, so weit soll man gar nicht schauen. Es geht ja mehr um diese Stellung. Ja, meine Einschätzung war, ähm, jetzt zum Beispiel von, also, achso, das ist natürlich noch eine andere Sache. Man soll, äh, nach diesem ganzen Plan und Finden und sonst was auch eine Einschätzung der Stellung geben. Wie schätzt man die Stellung ein? Und meine Einschätzung war, weiß steht hier angenehm besser. Weil ich auch dachte, gut, der Angriff auf der A-Linie, ich kann immer nach F3 rausgehen, wenn die A-Linie aufgeht. Und ansonsten, ja, dieser Plan in der G-Linie, das sieht aus, das sieht sehr konsequent aus. Und Schwarz hat nicht so viele Verteidiger. Und deswegen dachte ich, weiß steht hier angenehm besser. Der Computer sagt, ich komme jetzt zur Auflösung, der Computer sagt, das ist ausgeglichen. Und warum? Der Computer findet einen anderen Verteidigungsplan. Turm A8, Turm G1, A5, Turm G5, nimmt, 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 Turm A4, Turm G1. Und, äh, der Computer möchte jetzt zum Beispiel in dieser Stellung schon gar nicht mehr G6 spielen, sondern jetzt sagt, der Schwarz steht besser. Und diesen Springer E8 hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Als nächstes spielt irgendwann, spielt Schwarz irgendwann F5. Und der Läufer ist völlig ausgesperrt. Nur die beiden Türme machen Druck, aber der Springer verteidigt das alleine. Und die weiße Dame ist völlig aus dem Spiel. Und Schwarz kann danach sein Spiel in der A-Linie aufziehen. Und Weiß kann seinen Angriff nicht verstärken. Habe ich einfach nicht auf dem Schirm gehabt, dieses Manöver. Ist auch nicht so schlimm, darum geht es auch gar nicht bei dieser Stellungsbeurteilung. Es geht, wie gesagt, um so eine Eindrücke, Pläne, sonst was. Ähm, also, und diese Art von Aufgabe möchte ich jetzt öfters mit euch machen, werde ich sie öfters posten. Den größten Nutzen habt ihr, wenn ihr das selbst macht. Wenn ihr das wirklich selbst macht. So gut wie es geht. Und, ähm, hier, jetzt unabhängig von der Bewertung, gibt es trotzdem eigentlich für mich nur einen sinnvollen Plan für Schwarz. Und zwar R5. Alles andere ist da schwarze Passivität verurteilt. Ich hoffe, euch gefällt diese neue Serie. Diese neue, ähm, vielleicht habt ihr einen guten Namen. Ähm, Plan. Strategie, äh, Planfindung. Plan, Stellungsbeurteilung und Plan ist natürlich, wäre natürlich auch ein sinnvoller Name. Schlage ich jetzt mal vor, Stellungsbeurteilung und Plan. Vielleicht habt ihr irgendwas cooles mehr mit Panda oder sowas. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen coolen Namen habt. Und, ansonsten, ähm, ja, könnt ihr auch gerne Stellungsvorschläge schicken. Auch aus euren eigenen Partien. Könnt ihr mir auch in euer E-Mail, könnt ihr mir auch per E-Mail schicken. Äh, Stellungsvorschläge, wo wir das hier besprechen. Und hier sammelt sich dann natürlich auch alles aus der ganzen Strategie, sammelt sich die ganzen Themen. Die fließen hier mit ein. Ich denke, wie gesagt, das ist zu Recht, sagt Hanging Porns, eine der wertvollsten Aufgaben. Kann ich euch nur empfehlen, das aktiv zu machen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir noch einen Daumen da lasst. Kann ich nur immer wieder betonen, dass ich das gut finde und das wichtig für mich und auch den Algorithmus ist. Mir das verdammt viel hilft. Äh, und ansonsten, falls ihr es noch nicht getan habt, auch den Kanal abonniert, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Euer Schachpanda. Ciao. .